Ich arbeite bei der Deutschen Bundesbank im Anwendungsdesign für den baren Zahlungsverkehr. Dazu gehört auch die Support-Tätigkeit im Last Level. Ich habe dual studiert bei der Deutschen Bundesbank. Das nennt sich Central Banking, das kombiniert Studium und das Berufsleben. Das war eigentlich die optimale Kombi zwischen Job und Studium. Also gerade die IT ist innovativ und bietet immer neue Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017